Hallo, Hallöchen und Willkommen zurück zu einer neuen Folge von HeroZero. Ey, gleich am Anfang muss ich euch erstmal was sagen. Ich war gerade, ungelogen, im Kino, ne? Und es kam Paranormal Activity 2. Äh, 2, sag ich schon. Der neue Teil von Paranormal Activity. Und, ja, den haben wir angeschaut in 3D. Erstmal zu dem Film. Also 3D, hm, ist fraglich, ob man das unbedingt schauen muss. Also die Effekte, die in 3D waren, waren auf jeden Fall geil. Aber es ist halt von dem Film vielleicht 20% in 3D. Der Rest ist komplett 2D. Also man kann die Brille abnehmen und man sieht trotzdem alles ganz genau. Also, ja, ob man das jetzt unbedingt in 3D sehen muss, ist fraglich. Aber es ist auf jeden Fall gut gemacht, dass 3D was drin ist. Und, ja, der Film an sich, ja, ist ganz nett. Kann man sich anschauen. Es ist aber jetzt nicht so die Bombe, wo ich jetzt sage, das ist der Horrorfilm schlechthin. Aber man kann es sich anschauen. Ja, aber zu der Geschichte. Ähm, ich bin gerade, ähm, hab noch mit Kumpels so nach Hause gefahren und so. Und wir haben dann immer so gescherzt. Ja, da ist Tobi und so und, ja, pass auf, wenn du nach Hause fährst und so, dass da nicht jemand auf deiner Rückbank sitzt und so. Ja, aber so halt alles scherzhaft. Und dann fahre ich so nach Hause und stehe so an der Ampel und auf einmal gucke ich so im Rückspiegel. Nirgendwo ein Auto, ich war das einzige Auto hier. Und auf einmal kommt hinter mir ein schwarzer, kleines, ein schwarzes kleines Auto angefahren. Bremst hinter mir. Ich gucke so in den Rückspiegel und sehe, dass da einfach ein Joker sitzt. Da saß am Steuer einfach ein Typ, der sich als Joker schminken lassen hat. Oder sich selbst als Joker geschminkt hat. Joker von Batman, ne. Und ich dachte mir so, what the fuck, is this real? Und dann fällt mir erst ein, ach, heute ist ja Halloween, yay. Und dann war natürlich alles Sinn. Ich habe natürlich keinen Schicks gehabt oder so. Und ich dachte mir so, what the fuck? Ich schaue den Film an, dann fahre ich allein mit dem Auto. Und auf einmal kommt da einer mit dem Auto hinter mir und hat einfach mal eine Joker-Maske im Gesicht. Also der hat sich das wirklich angemalt und es sah wirklich richtig echt aus. Also gut, gut gezeichnet oder gemalt oder geschminkt oder wie man es auch immer nennen möchte. Ja, das wollte ich erst mal zum Anfang erzählen. Das war auf jeden Fall eine nette Geschichte. Ja, und ich bin jetzt nach Hause gefahren und dachte mir, ich schalte direkt mal meinen PC an und nehme für euch die Folge auf. Weil es ist jetzt schon kurz nach zwei, weil der Film halt ziemlich spät erst zu Ende war. Und ja, was ist heute so passiert? Ich habe noch fünf Minuten Arbeit und wir haben den Vollausbau. Hier seht ihr, wir sind das einzige Team mit dem Vollausbau. Wir hatten den schnellsten Ausbau hier auf Server 11. Roundabout leider nicht, also das war uns auch klar. Aber hier auf Server 11 haben wir den schnellsten Vollausbau. Sogar mit einem beachtlichen Vorsprung kann man sagen. Montag sage ich schon. Wild Bunch Trust ist hier, die uns am nächsten, sage ich mal, auf den Fersen sind. Aber die haben auch noch drei Quartierstufen auszubauen. Das sind halt wirklich viele Münzen, die man da braucht. Und fünfmal Ausstattung. Also da brauchen sie auch noch mindestens den morgigen Tag, wenn nicht sogar noch länger. Kommt drauf an, wie die Spendenlaune bei denen ist. Dann Dominants, die von der Stufe her und von der Kraft, sage ich mal, ziemlich gut sind. Haben halt auch erst 24 im Quartier und 24 in Ausstattung. Aber dafür skillen sie halt auch schon und sind halt ordentlich am Daddeln und sind in der Rangliste ziemlich weit oben dabei. So, dann fragt ihr euch sicherlich, hä Fabi, wo sind deine ganzen Donuts hin? Ja, das kommt daher, weil wir, ups, heute Nacht war ein Schurke da. Nämlich genau dieser. Ein Event-Schurke. Ich glaube, das war um eins. Und ich war noch wach. Und da dachte ich mir, yo, mein erster Schurke hier auf diesem Server. Knalle ich doch mal ein paar Donuts rein und da habe ich halt, ja, wie ihr seht, ich glaube, einen Angriff habe ich richtig gemacht. Die drei Minuten halt. Dann einen noch mit der Fernbedienung, also eine anderthalbe Minute. Und die restlichen neun Angriffe habe ich gedonutet, weil ich unbedingt in die Top Ten wollte, weil ich so ein amphibisches Set haben wollte. Ja, und es hat geklappt. Ich habe noch 25 Energie extra bekommen und sieben Trainingseinheiten. Hat sich also im Allgemeinen gelohnt. Und der Schurke war noch geschlagen in sieben oder acht Minuten war der down. Hatte halt auch nur 1,3 Millionen Leben, aber für die Nacht trotzdem okay. Und ja, war auf jeden Fall nett. Da habe ich dieses schöne Teil bekommen und das war cool. Dann war heute noch ein Schurke da, als ich gerade auf Arbeit war. Es war, glaube ich, um zwei, als der Schurke kam. Der hatte acht oder neun Millionen Leben und war nach, glaube ich, 15, höchsten 20 Minuten war der down. Ich habe ein paar Angriffe gemacht. Also habe ich auch mit Donuts gemacht, weil ich halt auf Arbeit war. War, glaube ich, um die 22, 25 Angriffe. Ich habe auf meinem Handy einen Screenshot gemacht, aber den habe ich jetzt vergessen hochzuladen. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich habe es leider nicht um den Top Ten geschafft. Ich war, glaube ich, Platz 25 oder so. Und der meiste war natürlich Steve Jobs. Hier unser kleiner Brasilianer, der, glaube ich, 110 Angriffe oder so gemacht hat. Also richtig krank. Ich weiß manchmal gar nicht, wie man das innerhalb von 15, 20 Minuten schaffen soll. Aber er hat es geschafft und ist damit hier mit einem schönen Teil, nämlich hier den ironischen Anzüge des Zusammenhaltes, davongekommen. Und ja, das war sozusagen der Tag. Vollausbau hatten wir 23.11 Uhr und 15 Sekunden, soweit ich weiß. Das habe ich im Teamchat gelesen. Ich war da leider schon im Kino, kurz vorm Film. Und ja, da haben sie den Vollausbau geschafft. Finde ich sehr cool. Das heißt auf jeden Fall, für alle Münzen, die ich jetzt so bekomme, darf ich theoretisch skillen, soweit ich weiß. Also mir wurde zumindest nichts anderes gesagt. Und ich habe natürlich wieder hier meine Angriffe zur Verfügung und habe einfach keinen Gegner, den ich hier schlagen kann. Außer den hier. Ja, und das ist halt in letzter Zeit wirklich blöd. Ich schaffe halt die Angriffe ohne Probleme, die 20-Liga-Angriffe an einem Tag runterzudatteln. Und da habe ich dann halt nichts mehr, wo ich hier irgendwie die Angriffe vertun kann. Und das ist halt ein bisschen blöd, ne? Jetzt habe ich auch keine Donuts mehr. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder ein bisschen Geld investieren, um mir hier Donuts zu holen. Mache ich aber natürlich auch für euch und für mich, um hier ein bisschen weiterhin voranzukommen. So, Tilras greife ich natürlich nicht an, weil er in meinem Team ist. Aber hier den Ich-Mach-Dich-Platt, den Leader von, lass mich kurz überlegen, von, 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 UpgradeU, glaube ich. Genau, Ich-Mach-Dich-Platt, Leader von UpgradeU. Habe ich geschlagen. Easy. Und ich kann skillen, ey. Endlich kann ich skillen. Aber ich mache es mal in dem Video noch nicht. Erstens, weil ich eh nicht so viele Münzen habe. Und zweitens dauert es viel zu lange. Und drittens möchte ich erstmal nochmal die Nachrichten durchlesen. Nicht, dass Kets ja irgendwie geschrieben hat, dass noch eine Mindestspende von jedem verlangt wird. Und so, keine Ahnung. Aber ich habe insgesamt, ich glaube, 330.000 Münzen ins Team gespendet. Das sehe ich eigentlich jetzt als ganz okay an. Ja. Dann hatten wir Teamkämpfe. Die Verteidigung haben wir gewonnen. Da haben wir leider keine Trophäe bekommen, weil das Team keine Trophäe hatte. Und den... Ah, die Wurfwaffe ist schon wieder leer. Und den Angriff hatten wir jetzt 22 Uhr. Und da haben wir eine Trainingstrophäe bekommen. Ist jetzt auch nicht so ideal. Aber besser als gar keine Trophäe. Und deswegen stehen wir jetzt als einziges Team, soweit ich weiß. Muss ich dann nochmal gucken. Mit vier Trophäen da. Zwei Train und... Äh, ne. Eine Train, zwei Energie und eine Mut. Und ich verliere hier einen Kampf nach den anderen. Was ist denn hier los? Und ja, das finde ich... Alter. Jetzt, wo Ehre langsam vielleicht doch mal wichtig wird. Aber ich habe ja noch nicht geskillt. Ich hätte vielleicht die Kämpfe erst machen sollen, wenn ich geskillt habe. Aber nun gut. Was soll's? Ähm, ich habe es gestern nicht mehr auf Stufe 60 geschafft. Was mich ziemlich angekotzt hat. Aber... Was soll man machen, ne? Mit dieser Heldentat habe ich es auch nicht geschafft. Okay, ich dachte schon. So. Arbeit ist vorbei. 3400 Münzen. Ne Mensch. Ne Mensch. Wie sieht es bei der Sonnensatz jetzt aus? Aus alle drei, die bis jetzt für mich verfügbar waren, habe ich geschafft. Und habe schon ein bisschen mit dem Spezial-Sondereinsatz angefangen. Und schaffe hier sogar den nächsten Gegner, den Ingenieur. Und den nächsten Ingenieur schaffe ich leider nicht. Nun gut. Und hier ist ein Schurke oder was? Nein. Boah, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich habe schon wieder einen Schurke verpasst. Aber dem war nicht so. Ähm, bei der Halloween-Party habe ich schon ein paar Heldentaten abgeschlossen. Heldentaten. Also hier Event-Aufgaben. Nämlich die Kürbisse habe ich gefunden. Die Bonbons habe ich besorgt. Und beim Sieg gegen einen Zombie habe ich geholfen. Jetzt fehlen nur die Fruchtgummis, die Fledermäuse und die Grusel-Geschichten. Aber da wir ja, ich glaube noch fünf Tage oder so Zeit haben. Ja, also fast sechs Tage. Dürfte das auch gar kein Problem werden. Ähm, wir schauen mal kurz in die Nachrichten rein. Zack, erstmal allen helfen. Und ja, es sind natürlich zwei Team-Nachrichten. Das heißt, ich werde sie euch nicht zeigen. Oh yes. Oh yes. Maske anzeigen natürlich. Ähm, es gibt gerade ein Donuts. Oh, Special. Das habe ich halt gestern im Video nicht gezeigt, weil ich mich hätte erst neu einloggen müssen, um das anzeigen zu lassen. Aber es gibt, wie immer, zu solchen größeren Events ein Special. Nämlich für 10 Euro bekommt ihr, sorry, für 9,99 Euro bekommt ihr hier 150 Donuts bei dem Halloween-Paket. Und bei dem großen Halloween-Paket bekommt ihr für 50 Euro, oh sorry, 49,99 Euro, 1150 Donuts. Ähm, mit Handy und so funktioniert das nicht, weil es da ein anderes Paket gibt. Nämlich das kleine Halloween-Paket, wo ihr für 4,99 Euro anstatt 42 Donuts 65 Donuts bekommt. Na Mensch, was ist denn da los? Ja, muss ich dann mal schauen, was ich mir so alles gönnen werde. Auf jeden Fall ein bisschen was. Ein bisschen was. Weil ich muss ja hier schön weiterspielen können. So, hier gehen wir mal auf neue Ware. Schauen wir mal, ob es da was Schönes gibt. Und natürlich nicht. Gibt es nichts Schönes? Dann schauen wir uns mal die Rangliste an. Ist natürlich jetzt ein bisschen verfälscht, weil die Leute, es ist Samstag früh, wahrscheinlich auch viele online und die werden jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen hier getan haben. Aber jetzt, Stand 31.10.2 Uhr, 20, sieht wie folgt aus. Wild Bunch ist in der Ära auf Platz 1 mit der magischen Grenze, sage ich mal, von 10.000 Ära, die er schon durchsprochen hat, nämlich mit 10.064. Delphi auf Platz 2 mit 8.194 Ära und Steve Jobs, der Brasilianer, auf Platz 3 mit 7.921 Ära. Ja, ihr seht hier 2, 4, 5 Dominance Leute in den Top 6. Ist auf jeden Fall krass. Dann kommt unser erster Mann, nämlich Stalking mit 6.542 Ära. VIB von Montag auf Platz 8. Ketzia, unsere Leaderin, auf Platz 9. Floh, 123, 2, 1, 1. Wie kommt man auf solche Zahlen? Floh, 123, 2, 1, 1. Who knows? Von Legenden auf Platz 10. Penny auf Platz 11. Und Kohl auf Platz 12. Dann, zur Stufe, da ist ganz oben dabei der Heart, der andere Brasilianer aus Team Dominance mit Stufe 81. Also der hat wahrscheinlich, der war auf jeden Fall gestern noch Platz 5 oder so. Zorro war Platz 1 mit Stufe 76. Der hat wahrscheinlich gleich mal seine Donuts alle rausgehauen und mal schnell die Energie abgearbeitet, um dann hier auf Platz 1 zu sein. Zorro auf Platz 2. Der hat schon über 500 Mal Missionen refresht. Alter Schwede. Also das ist auf jeden Fall krass. Dann muss ich mir erstmal hier eine Mission raussuchen. Ja, ich habe übrigens auch in den Kommentaren gelesen, da hat jemand gefragt, Hey Fabi, wie schaffst du das, dass du bei Energie 140 da stehen hast? Da sage ich nur, ey, du da. Die 140, das sind einfach die 40 extra Energiepunkte, die ich durch meine Team-Trophäen bekommen habe. Weil wir haben zwei Energie-Trophäen. Eine Energie-Trophäe bringt 20 extra Energiepunkte. Und das sind die. Ja, Killermieze von meinem Team, also von unserem Team, auf Platz 3 mit Stufe 75. Steve Jobs auf Platz 4. Stalking auf Platz 5. XLMRXKuhn auf Platz 6. Error auf Platz 7. Slade auf Platz 8. Chris auf Platz 9. Al Capone auf Platz 10. Jade auf Platz 11. Und Plauschbausch. Plauschbausch. Auf Platz 12. Kommen wir mal zu den Teams. Da sieht es in der Ehre so aus. Chillout Room ist auf Platz 1. Stalking auf Platz 2. Und Legenden auf Platz 3. The Risen Hell. Unser Team ist auf Platz 5. Zurzeit mit der Ehre. Und vom Ausbau natürlich. The Risen Hell hier auf Platz 1. Mit den vollen 100%. Wild Bunch Trust mit 96% auf Platz 2. Montag auf Platz 3 mit 88%. Ein Schelm, der Böses denkt. So. Wie gesagt, wir haben vier Trophys. Gucken wir mal, ob irgendjemand noch vier Trophys hat. Nee. Hier Dominanz mit drei Trophys. Zwei Energie und einer Train. Ähm. Ja. Oh, hier. Joey's Kiosk. Mit drei Train Trophäen. Trophäen. Auch ganz nett. Ich wollte gerade sagen. Hat hier irgendein Team es wirklich schon geschafft, zwei Mutrophäen anzusammeln. Und Stiko ist so ein Kandidat. Ich weiß nicht, ob ihr früher noch Dragunari Liberi bekennt. Die hatten ja auch immer so ein Glück, dass sie viele Mutrophäen am Start hatten. Dann Matt ist auch mit einer Mutrophäe am Start und der Aufstand auch mit einer Mutrophäe. Das sind dann die Teams, die ein bisschen weiter unten sind in der Historie, also in der Rangliste. Aber die Mutrophäen abbekommen, weil sie einfach Pech haben oder es wollen oder was weiß ich. Keine Ordnung. So, in der Liga. Wir haben schon einen Champion. Wäre ja zu schön. Nein, natürlich nicht, weil die Besten hier sind, glaube ich, jetzt gerade in die Goldliga gekommen. Nämlich Delphi und Wildbunch. Das sind auch die einzigen, soweit ich weiß. Genau. Die anderen hier sind alle in der Silberliga. Sogar einer hier in der Bronzenliga noch. Ja, und ansonsten ein Wochenturnier. Wir sehen hier, Zorro hat... Ups. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Nein, da wollte ich auch... Da wollte ich erst recht nicht hin. Muss ich wieder rausschneiden. Mensch. Zorro hier hat noch nichts heute gemacht. War wahrscheinlich noch am Schlafen oder so. Hat eine Million geknackt gehabt nach dem Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Nach dem vierten Tag hatte er eine Million Erfahrung. Ist auf jeden Fall nice. Killermiezer hatte knapp die eine Million. Das heißt, sie hat auf jeden Fall heute schon ein bisschen was gemacht. Und Hart, wie gesagt, hat auf jeden Fall schon ein bisschen was an Energie verspielt. Bei der Ähre sieht es wie folgt aus. Ja, könnt ihr ja hier vorne sehen. Ist fast kein Unterschied zu sehen. Und beim Wochenturnier Team-Ähre. Da sind wir ganz weit unten, leider. Da sind hier andere oben mit dabei, die sich die paar extra Donuts abholen werden. Aber wie gesagt, wir haben den Vollausbau. Da brauchen wir nicht unbedingt diese Donuts. So. Hier gibt es Nix. Hier gibt es niemanden, den ich angreifen kann, ohne das Risiko einzugehen zu verlieren. Und? Ich hab gewonnen! Party! Los, lass den Fass aufmachen. Ja, heute ist Halloween. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so an diesen Tag macht. Was ihr so an Halloween macht. Ob es da irgendwie, ob ihr zu einer Party geht, ob ihr euch schminkt, ob ihr irgendwie eine Maske habt oder ein Kostüm oder so. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben würden. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, zum Abschluss dieses Videos würde ich sagen, öffnen wir immer noch eine Überraschungsbox. Ich sagte mir nämlich heute früh, ja, uh, da ist eine Überraschungsbox, 10 Donuts. Ach komm, geht mal mal aus. Da hatte ich noch Donuts. Ja, und da habe ich mir die Überraschungsbox für diese Display hier geholt und würde sie jetzt mal mit euch noch gemeinsam öffnen. Lasst uns einen Countdown machen mit 3, 2, 1, klick. Uh, verkackt. Als hätte ich das nicht geahnt. 3, 2, 1, go! So, und da ist drin, einmal der ultimative Power-Umhang des Einsteckens und eine schöne Bowlingkugel. Beides mit Plusprozenten, das finde ich auf jeden Fall nice, denn dann lege ich das direkt einmal an. Und dann würde ich mich auch sagen, würde ich mich auch sagen, Fabi, geiles Deutsch. Würde ich auf jeden Fall auch sagen, das war es für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn dem so wäre. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, erstens über das Halloween-Thema. Und was ihr sonst so für Fragen, Wünsche, Kritik habt, lasst einfach was da. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Schlöber. Stürmer. Happy Halloween. Weed. Ha, 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 ha.